Kennt ihr diese seltenen Verkehrsschilder? Alles dazu jetzt im Quiz. So Anna. So Felix. Ich bin ja unwissend. Es geht um seltene Verkehrsschilder. Ich gebe sie dir mal zurück. Und ich versuche mich, ich komme bei Quizdingern immer so ein bisschen schlecht weg, aber schauen wir mal, wie es diesmal ausgeht. Du wirst auf jeden Fall auflösen, weil du kennst alle. Und dann könnt ihr gerne mitraten und ich bin gespannt, wer da die beste Quote am Schluss hat. Könnt ihr ja am Schluss in die Kommentare reinschreiben, wie viele ihr richtig habt. Anna, leg los. So, Schild Nummer 1. Schon mal gesehen? Nein. Irgendeine Vermutung? Sieht nach irgendwas mit Reparaturwerkstatt aus, aber gesehen wirklich noch nie. Es war gar nicht so schlecht. Es hängt tatsächlich ab und zu mal an den Autobahnen. Ja. Bedeutet ganz einfach, dass eine Werkstatt in der Nähe ist. Falls das Auto irgendwie mal Probleme macht, weiß man okay. Also so wie so ein SOS-Schild, ein Werkstatt-Schild. Okay, cool. Genau. Also wusste ich nicht. Habe ich auch noch nie bewusst gesehen. Aber gut, dass es das gibt. Nächstes. So. Dann das Nächste wäre das hier. Würde ich sagen, Rollschuhfahrer dürfen hier durch. Ach viel mehr habe ich nicht hinzuzufügen. Bedeutet ganz einfach, dass da Inline-Skaten, Rollschuhfahren erlaubt ist. Nämlich tatsächlich so, dass es in 30er-Zonen oder eigentlich auch in Straßen ohne dieses Schild nicht erlaubt ist. Ui. Okay, aber habe ich auch noch nie gesehen, um ganz ehrlich zu sein. Also, ja. Gut, auch das Nächste kenne ich. So. Also vermute ich zu kennen. So, das nächste Schild ist das hier. Ja. Würde ich sagen, Sagasse. Aber danach gibt es einen Weg, wo Fahrräder und Fußgänger nutzen dürfen, aber keine Fahrzeuge. Perfekt. Besser hätte ich es nicht erklären können. Ja, okay. Ja. So. Nächstes Schild wäre das hier. Man muss fairerweise dazu sagen, es hat aktuell keine Anwendungsmöglichkeit. Okay. Also, ja, es sind drei Personen in einem Fahrzeug. Nein, keine. Also, die Idee hinter dem Schild war tatsächlich, das ist das Sinnbild für ein mehrfach besetztes Fahrzeug. Ja. Ja. Da war so ein bisschen der Ursprungsgedanke, dass man Fahrgemeinschaften unterstützt. Ah. Und, ähm... So eine, so eine Fastlane gibt es in den USA, glaube ich, da dürfen... Er weiß nicht mehr genau, will ich nichts Falsches sagen. Okay. Ja, genau. Ja. Genau, ja. Genau, Ursprungsgedanke war eben, dass man dieses individuelle Fahren, ähm, ja, reduziert. Und, ähm, ja, die eigentliche Idee war, dass, äh, dann Pkw mit mehr als drei Personen jetzt theoretisch auch eine Buschspur benutzen dürfen. Ah, okay. Ähm, wurde aber in der Straßenverkehrsordnung jetzt so nie festgesetzt. Richtig umgesetzt. Also, auch das habe ich eben noch nie wahrgenommen, das Schild. Gut. Nächstes. Das nächste wäre das hier. Hui. Beziehungsweise sind zwei verschiedene, aber jeweils eine andere Ausführung. Ja. Also, ich denke, es ist ein Lastenrad. Ja. Also, weil man irgendwas mittransportieren kann, ähm, und das ist frei, also das darf benutzt werden. Und ich würde sagen, das untere ist, diese Spur ist exklusiv für Lastenräder. Genau. Das hier gibt es zum Beispiel auch noch irgendwie unter einem Parkplatzschild, dass man weiß, okay, das ist ein Parkplatz speziell für ein Lastenrad, aber das ist, genau, wie du schon gesagt hast, das ist das Sinnbild für ein Lastenfahrrad. Gut. Wer hat das schon mal gesehen? Also, wo gibt es solche Schilder? In Pforzheim nicht. Okay. Ich glaube auch nicht. So, nächstes. Puh. Menschen in Bewegung, Männer und Frauen und geteiltes Auto. Geht schon in die richtige Richtung. Keine Ahnung, gegendert. Wer da, ich weiß es nicht. Carsharing. Ah. Das ist das Zeichen für öffentliche Parkplätze von irgendwelchen offiziellen Anbietern für Fahrzeugsharing. Okay, cool. Ja, auch noch nie gesehen. Sind wirklich selten die Schilder. So, klickst du das? Okay. Ich würde sagen, Fahrzeuge dürfen hier nicht durchfahren, Fahrräder und Motorräder dürfen. Nein. Okay, schade. Das ist das Schild für Überholverbot für einspurige Fahrzeuge. Ja. Bedeutet aber nicht, dass die einspurigen Fahrzeuge nicht überholen dürfen, sondern dass die, beispielsweise PKW, dürfte kein Motorrad überholen. Ah, okay. Auch interessant. Cool. Genau. So. Dann einmal. Fahrradautobahn. Kann man so sagen, ja. Radschnellweg. Radschnellweg. Schnellradstraße, ja. Genau. Gut. So, schon mal gesehen irgendwo. Nee, auch nicht. Aber das Panzerparkplatz, also wenn man jetzt ein Parkplatzschild ist und das drunter, dann ist dieser Parkplatz exklusiv für den Panzer. Also, könnte man so sagen, ja, bedeutet einfach, dass, wenn ihr irgendwo dieses Schild seht, auf gar keinen Fall durchfahren, wenn ihr in keinem Panzer sitzt. Das sind dann nämlich nur Straßen extra für Militärkettenfahrzeuge. Okay, cool. So, sind schon beim Vorletzten tatsächlich. Ja. Grünpfeil nur für Fahrräder. Rein ganz sachlich übersetzt. Und das kenne ich tatsächlich. Also, das habe ich schon des Öfteren gesehen und ja, macht auch Sinn, weil da dann halt die Fahrräder schneller abfließen. Genau. Wunderbar erklärt. Gut. So, dann das Letzte. Das ist ein Verkehrsschild. Es gibt es im Straßenverkehr. Auf einer Autobahn in Deutschland steht es, ich weiß nicht, wie oft man. Okay. Schieß los. Ich kann es, ich kenne es nicht. Also, dieses Schild dürfen tatsächlich Autofahrer offiziell ignorieren. Ja. Das ist ein Leitschild für autonomes Fahren. Also, autonome Fahrzeuge orientieren sich da dran. Die Schilder gibt es aber tatsächlich nur auf der A9 bzw. auf der A91, weil sich da eine Teststrecke befindet. Ah, okay. Genau. Und das sind quasi wie so Sensoren, wo sich dann die Fahrzeuge oder die Assistenzsysteme dran orientieren. Genau. Okay. Dann sehen wir das vielleicht in Zukunft noch öfters, weil da wird es natürlich in den nächsten Jahren Entwicklungen geben im autonomen Fahren. Aber super spannend, wie viele Schilder es gibt, die man gar nicht kennt oder die man nicht mal im Bewusstsein hat, dass es die gibt. Trotzdem, irgendwie kann man sie sich dann doch zusammenreimen teilweise. Sieht abstrakt aus. Ich bin gespannt, ob jemand wirklich alle richtig hat. Also, ich hatte, glaube, das wusste ich nicht. Eins, halb, ja, nein, nein, ja, nein, opala, ja, ja, nein. Also, ich hatte eins, zwei, fünf. Wer schlägt mich? Ich bin gespannt. Ab in die Kommentare damit. Und, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen hoch. Ansonsten mit einem Abo verpasst ihr nichts über Verkehrsschilder, seltene Dinge im Straßenverkehr und alles rund ums Autozentrum Waldtaum. Bis bald. Ciao. Ciao.